Nachdenkseiten Die kritische Website Der Sieger des Jahres, die Rüstungswirtschaft und das Militär. Nach Punkten, wenn nicht sogar mit einem K.O. für den Frieden. Von Albrecht Müller Die Bilanz zum Fest des Friedens fällt dieses Jahr düster aus. Klar gewonnen hat der militärisch-industrielle Komplex und das Militär, gleich durch mehrere nahezu K.O.-Schläge für alle um den Frieden besorgten Menschen. Auch wenn die Nachdenkseiten gerne gute Hoffnung verbreiten würden, Nüchternheit ist angesichts der in diesem Jahr kräftig veränderten Verhältnisse angebracht. Ich zähle einfach auf. 1. Am 23. Dezember meldete meine Regionalzeitung auf der ersten Seite laut dpa unter der Überschrift »Trumps neuer Mann für den Krieg im All«, dass die USA eine Space Force als eigene Teilstreitkraft ins Leben gerufen haben. Der Präsident habe am vergangenen Wochenende ein entsprechendes Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt unterzeichnet. Das ist ein Signal für weitere Aufrüstung und liegt im Trend. 2. Am 01.02.2019 wurde gemeldet, dass die USA den Atomwaffenvertrag gekündigt haben. Diese Kündigung stand schon seit Herbst 2018 ins Haus. Nach den USA steigt auch Russland aus dem INF-Vertrag aus. Putin treibt die ohnehin angelaufene Entwicklung neuer Atomraketen voran, heißt es dann in der Taz. 3. Jedenfalls ist in diesem Jahr die Atombewaffnung und Modernisierung der Atomwaffen kräftig wiederbelebt worden. Wir waren schon viel weiter. 3. Im vergangenen Jahr ist die weltweite Verstärkung der Rüstung perfekt gemacht worden. Angetrieben von der Forderung der NATO, 2% des Bruttoinlandsproduktes für Militär auszugeben, ist dies auch in Deutschland perfekt gemacht worden. 2 Personen haben dabei besonders mitgewirkt. Ursula von der Leyen als trotz vieler Skandale um Beratungen und gelöschte Handys unangefochtene konservative Politikerin, hat quasi unbeeindruckt vom sonstigen Regierungshandeln und den anderen Ministern die Aufrüstung der Bundeswehr vorangetrieben. Die neue CDU-Vorsitzende, Kramp-Karrenbauer, wurde von Angela Merkel sinnloserweise zur Verteidigungsministerin gemacht und propagiert seitdem die verstärkte Aufrüstung. Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man lachen. Zwei deutsche Frauen als Vorkämpfer von Rüstung und kriegerischer Intervention. 4. Abrüstung ist aus der Mode gekommen. Sie war 1989-1990 als Absicht erklärt worden. Es ist alles über den Haufen geworfen worden. 5. Dass Ursula von der Leyen in diesem Jahr zur Kommissionspräsidentin der Europäischen Union gemacht worden ist, betrachtet man wohl realistischerweise auch als einen Akt zur weiteren Militarisierung der Europäischen Union. 6. Manöver an der russischen Grenze. Kein Problem. Schauen Sie sich das verlinkte Video vom vergangenen Sommer an. NATO-Speerspitze übt den Ernstfall. Logistik räumt von hinten auf. Bundeswehr. Das zeugt von der Normalisierung des Kriegshandwerks. 2020 geht es mit einem großen Manöver so weiter. Das ist alles in den vergangenen Wochen vorbereitet worden. Siehe dazu eine Verlinkung. 7. Der Russland-Feindbildaufbau läuft wie am Schnürchen. Putin und Russland werden immer mehr zum Bösen per se stilisiert. In den vergangenen Wochen gelang das besonders gut dadurch, dass die russische Regierung direkt für einen Mord im kleinen Tiergarten in Berlin verantwortlich gemacht worden ist. Zwei russische Diplomaten wurden ausgewiesen. Daraufhin wies Russland zwei deutsche Diplomaten aus. Um sich dessen zu vergewissern, wie der neue Feindbildaufbau betrieben worden ist, könnte man auf eine Monitorsendung vom 7. Juni 2018 zurückgreifen. Siehe dazu eine Verlinkung. Feindbild Russland. Wie der Westen die Konfrontation verschärft. Bis auf ein paar unnötige Bemerkungen des Moderators am Anfang ist dieses Stück sehr informativ. 8. Die Propaganda, auch der Kampagnenjournalismus, läuft wie am Schnürchen. Wie aus dem Automaten wird immer wieder wiederholt, Russland der Aggressor, Russland hat die Krim annektiert, Russland steht Krieg in der Ostukraine, Russland führt Krieg in Syrien. Differenzierung ist nicht angebracht und immer wieder wird die Geschichte verkürzt erzählt. Siehe dazu Kapitel 3, 3 in Glaube wenig, Hinterfrage alles, Denke selbst. 9. Vertrauen zwischen dem Westen und Russland wird nicht aufgebaut. Misstrauen wird gesät. Dabei helfen auch die Sanktionen des Westens. Sie sind schlimm für die davon betroffenen Völker. Sie werden inzwischen auch schlimm für Deutschland. Bestes Beispiel sind die Sanktionen wegen Nord Stream 2. 10. Was einmal mit der Formel Wandel durch Annäherung hoffnungsvoll gestartet worden ist, wurde umgedreht. Jetzt ist eingetreten, was wir auf den Nachdenkseiten zwischenzeitlich prognostiziert haben. Ein negativer Wandel durch Konfrontation. In Russland hätte ein Politiker, der heute noch einmal wie Gorbatschow versuchen würde, Frieden mit dem Westen zu machen, vermutlich keine Basis mehr. Es ist logisch, dass sich im Inneren Russlands jene Kräften durchsetzen werden, die fordern, misstrauisch zu sein und sich auf die eigene Stärke und nicht auf Verhandlungen und Abrüstungsvereinbarungen zu verlassen. 11. Die Debatte in der NATO und in den Mitgliedstaaten der NATO über die Frage, ob man sich auf die USA als Verbündeten mit dem großen Atomschild verlassen kann, hat eine eigenartige, weitreichende Konsequenz. In Deutschland und auch in anderen Staaten der NATO wird jetzt die Möglichkeit einer Militärmacht Europa hinzugefügt. Damit hat die Rüstungswirtschaft einen grandiosen Konter gelandet. Ihre mit den Überlegungen zur gemeinsamen Sicherheit in der Zeitenwende von 1989 und 1990 durch die Gründung der KSZE und ihrer Nachfolgerorganisation OSZE verbundenen Sorgen, die Rüstungsaufträge würden schrumpfen, hat sich in Luft aufgelöst. Noch mehr. Jetzt gibt es nicht nur die NATO und die USA, die kräftig aufrüsten, jetzt kommt auch noch die Europäische Union hinzu. Damit ist die Gefahr für die Rüstungswirtschaft, die 1989 kurz drohte, abgewendet. Und das wird seine Eigendynamik entwickeln. Neue Aufträge, neue Rüstungsproduktion, zusätzliche Rüstungsexporte, Fortsetzung auf der anderen Seite und im Schaukeleffekt zurück. Ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Die Zahl 11, siehe oben 11 Punkte, es ist wie im Karneval. Die Rüstungsindustrie kann das Jahr 2019 als eines der erfolgreichsten Jahre der Geschichte feiern. Tut mir leid, das nüchtern festzustellen. Für am Frieden orientierte und interessierte Menschen gibt es am Ende des Jahres 2019 fast nichts zu feiern. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören. Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020